Mein Name ist Martin Hofer. Ich bin im Raiffeisenverband Steiermark für die IT verantwortlich. Wir stellen für die Revision Prüfungstools bereit, die man für die Bankprüfung einsetzt. Der Raiffeisenverband Steiermark ist für seine Mitglieder, die Raiffeisengenossenschaften, ein verlässlicher und kompetenter Partner in Prüfung, Beratung und Bildung. Unser Ziel ist es, dass man aus der analogen Welt und aus der digitalen Welt die besten Dinge miteinander vereint und eine optimale Lernumgebung für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereitstellen können. Mir taugt es einfach, dass es so vielseitig ist. Es geht einerseits von der Programmierung von Programmen über den Aufbau und Betrieb von einem Webinarstudio. Weiters haben wir auch Leitzeit. Man hat von 6 Uhr in der Früh bis 20 Uhr am Abend die Möglichkeit, die Zeit frei einzuteilen und ein bis zwei Tage in der Woche Homeoffice. Das unterstützt natürlich auch, dass man Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen kann. Direkt nach der Bankausbildung habe ich mich entschlossen, dass ich ein berufsbegleitendes Studium beginne und das ist auch vom Unternehmen unterstützt worden. Das Klima untereinander, das würde ich bei uns als wirklich sehr, sehr gut bezeichnen. Die Entwicklung ist derzeit so schnell. Das heißt, mit künstlicher Intelligenz tut sich in dem Bereich extrem viel. Da ist schon die Vision, dass man sich verstärkt auch diesem Thema widmet. Wenn auch du Teil unseres großartigen Teams werden möchtest, dann bewirb dich bei uns. Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen.